So, da sind wir wieder. Ich grüße euch zu einem neuen FC-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute mal wieder mit drei Themen auf der Karte. Wir reden ein bisschen über das Training. Ich war ja gestern wieder da gewesen in der Frühschicht, wenn man so will. War ja gestern zweimal Training. Da reden wir ein bisschen über das Personal und ein bisschen so über die Eindrücke, die ich so gesammelt habe. Auch was so Trainingsschwerpunkte angeht, wie ich das so gesehen habe. Und dann reden wir über Denis Hussein Basic. Da habe ich mal wieder so in der Statistikkiste rumgekramt und deckt sich auch so mit dem, was wir auch schon so gesehen haben. Immer ganz interessant. Und als letztes mal ein bisschen kurz über die Langzeitverletzten, die Uts, Selkes und Waldschmitz dieser Welt. Da aber nur ein ganz kurzes, kleines Update. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich habe auch einen Neuzugang. Hier kann ich euch mal zeigen. Einen kleinen Hennis, der ist mir gestern da im Fanshop direkt entgegengerannt und wollte mit. Dann habe ich gesagt, alles klar, kein Problem. Ist aber jetzt keiner, der im Regal sitzen will. Also die Kleinen, die wollen schon aktiv am Leben teilhaben. Der hat auch direkt zu mir gesagt, er möchte jedes Spiel gucken. Da habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Das ist halt nur zur Information ganz wichtig zu erfahren. Naja, komm, ist gut. Wir fangen mit dem Training an. Und ich war ja gestern zur Frühschicht da, also um 10. Und wurde ja zweimal trainiert. Also Justin Diehl ist weiterhin krank. Also fehlt jetzt auch schon über eine Woche. Ja, hingegen Bakatukanda und Matthias Köbbing, die sind wieder auf dem Platz. Ich habe ja auch die Eindrücke wieder auf Instagram hochgeladen mit einem Wheel. Da habe ich jetzt auch mal so den Fokus auf Bakatukanda gelegt. Und auch Ali Du, der by the way auch wieder fit ist. Da hatten wir ja kurz Sorge, dass er sich da was getan hat nach dem Frankfurt Spiel, weil er da verletzt runter musste. Aber auch er sieht beschwerdefrei aus. Die sehen beide richtig gut aus und haben da keine Einschränkungen oder dergleichen. Also da auf jeden Fall Entwarnung. Pentke musste das Training vorzeitig beenden. Klagt wohl über Rückenschmerzen. Da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Und ansonsten gab es halt in Sachen Personal Belastungssteuerung. Max Finkräber hat die erste Session eine halbe Stunde vor Ende abgebrochen. Da geht es aber nur um Belastungssteuerung. Und da sagte Timo Schulz, er hat einfach mal die letzte halbe Stunde frei bekommen. Er hätte auch weiter trainiert. Und in der Nachmittags-Session Hübers, Kainz und Schwäbel, die dann eben Regeneration bekommen haben, beziehungsweise wegen Regeneration ausgesetzt haben. Und ansonsten gibt es da nicht viel mehr zu sagen zum Personal. Die Schwerpunkte im Training, das finde ich immer ganz interessant. Ja, vielerlei. Also man kann sagen, Schwerpunkt ist schon viel mit Ball, was da gemacht wird. Also die Express schrieb zum Beispiel, dass der Fokus auf Standardsituationen gelegt wurde. Also Freistöße, Eckbälle, Spielformen und so weiter. Ja, finde aber auch darüber hinaus, dass auch ein großer Fokus auf das Passspiel gelegt wird. Damit fangen die ja meistens dann jetzt auch immer an mit so Kurzpassspiel und auch scharfen Pässen oder auch das Tempo mit Ball eben zu erzeugen. Deswegen, das sind auf jeden Fall so die Schwerpunkte, die man da auf jeden Fall klar sehen kann. Also viel mit dem Ball, also viel Fußball, wenn man so will. Und ja, Kainz sagte auch zu diesem Thema Training, gerade das zweite Tor gegen Frankfurt war eine Situation, die wir immer wieder trainieren. Jubecic hat das super gemacht und spielt den Ball raus auf Jan. Der schließt dann mit voller Überzeugung ab. Das sind Sachen, die wir trainieren. Und ja, das hat ja gegen Frankfurt dann schon mal ganz gut geklappt und hoffen wir mal, dass das dann auch so weitergeht. Das mal so zum Training. Und ja, alles weitere dann, wenn es einen interessiert auf Instagram, da habe ich dann noch so ein paar Schnappschüsse hochgeladen. So, dann Denis Husenbasic. Das ist ja jetzt jemand, der sich ja jetzt so in die Startelf festgespielt hat. Und das freut mich auch extrem für den Jungen. Er war jetzt, glaube ich, viermal in der Startelf. Ja, immer mit Erik Martel zusammen das Zentrum bekleidet. Und ich habe ja immer so gesagt, Martel ist so der Typ, der Zweikämpfer, der Sechser, so gegen den Ball. Und Husenbasic ist halt so der spielerische Typ, der kreative Typ mit Ball, wenn es kompliziert wird, dann das Spiel einzuleiten. Und wenn man sich mal so ein paar Statistiken anschaut. Erstmal so saisonübergreifend. Werte, die auf jeden Fall bei Husenbasic hervorstechen, sind sowas wie Passgenauigkeit. Passgenauigkeit, da liegt der Wert bei 89,1%. Und das ist Top 10% der Liga verglichen mit anderen Spielern auf seiner Position. Also wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Erfolgreiche Dribblings saisonübergreifend 60%. Gegen den Ball ist die gesamte Saison, also auf die gesamte Saison gesehen, ist das sehr, wie soll ich sagen, unauffällig. Ist jetzt nicht grottenschlecht, aber jetzt auch nicht irgendwas, was hervorsticht. Außer so das Thema ausgedribbelt werden, ja, da liegt der Wert pro 90 Minuten bei 0,66%. Und das ist Top 18% der Liga im positiven Sinne. So, gegen Frankfurt war es so, da hatte Husenbasic zwei abgefangene Bälle. Damit war er drittbester Spieler auf dem Platz überhaupt. Und Wiedereroberung, Martel 3, Husenbasic auch 3. Und jetzt kommt halt wirklich so dieser Unterschied zwischen Martel und Husenbasic zum Tragen, wenn es darum geht, Tore zu verhindern. Martel hat 3, Husenbasic 0. Gewonnene Zweikämpfe, Martel 7, Husenbasic 1. Also man sieht auch schon, nicht nur die gewonnenen Zweikämpfe, sondern auch eben so dieses, überhaupt dieses Führen von Zweikämpfen, ist das schon so ausgelegt, dass dann Martel derjenige ist, der das dann macht. Und Husenbasic, der dann eben, ja, Räume schließt oder so und dann eben mit Ball dann was kreieren soll. Also so ziemlich auch das, was wir auch schon gesehen haben, gefällt mir sehr gut, die Entwicklung. Und hoffe, dass er, ja, weiter dran bleibt und weiter erfolgreich Fußball spielen darf. Husenbasic hat sich dann auch selber dazu geäußert. Er sagt, ich hatte eine gute Vorbereitung, also bezogen auf den Sommer, dann habe ich ein bisschen mehr gespielt. Man muss sagen, dass ich in den Spielen in meinen Augen nicht so gut gespielt habe. Dann ist es an der Zeit, auf seine Chance zu warten und das habe ich die ganze Zeit getan. Im Moment spiele ich und versuche weiter zu spielen. Ich gebe im Training alles und will mich jedes Wochenende empfehlen. Meine Aufgabe ist es, den Ball nach vorne zu bringen, in der Box zu sein, aber auch eben gegen den Ball zu agieren. Also, ne, das nochmal so, Husenbasic, wie er die Lage einschätzt. So, dann unsere Langzeitverletzten, ne, Selke, Uth und Waldschmidt, die sind ja alle immer noch im Reha-Programm und da wird jetzt so damit gerechnet, dass die Richtung März, also nach der Länderspielpause, langsam aber sicher zurückkommen. Bei Waldschmidt ist ja das Wadenbein angebrochen. Gegen Wolfsburg war er ja im Interview, da hatte er noch Krücken getragen, sagt man das so, tragen oder auf Krücken gegangen. Gegen Frankfurt war er dann schon wieder ohne Krücken unterwegs. Und er sagt selber, dass es so Richtung März dann wieder, äh, ja, Thema sein wird. Und man rechnet so damit, dass es nach der Länderspielpause so sein wird, dass er wieder dann zumindest mal eine Kaderoption sein könnte. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Weil das war ja so ein bisschen fraglich, weil es hieß ja bei allen dreien, die fallen mehrere Wochen aus, aber mehrere Wochen ist ja auch irgendwie relativ, sind es zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, ne. Aber das dauert dann alles doch länger, ne. Bei Marc Uth ist es halt, ja, besonders tragisch, muss man sagen, ne. Da hieß es noch, ich glaube, Schulz hatte auf der PK vor Heidenheim gesagt, das müsste der Donnerstag, also der 11. Januar gewesen sein, dass der hofft, dass Uth nach zwei, drei Wochen wieder Thema auf dem Platz sein wird. Ja, jetzt haben wir den, äh, siebten, zweiten, das ist jetzt schon ein Monat her und, äh, trainiert immer noch individuell. Also weder auf dem Platz noch mit Ball und auch er, das wird wahrscheinlich noch dauern, wenn er überhaupt nochmal je zurückkommt. Das ist ja auch nochmal, liegt ja auch in den Sternen, ne. Das ist wirklich krass, ne. Ja, das nochmal dazu. Ich weiß jetzt nicht, wann die Pressekonferenz vor Hoffenheim ist, ob die jetzt morgen trotzdem ist, weil wir spielen ja erst am Sonntag oder ob die erst am Freitag ist. Das, ähm, sehen wir dann und dann würde ich sagen, hören wir uns dann spätestens dann wieder und wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.